Musik Habe ich mich gefragt, was kann das Thema, was kann ich euch heute weiter sagen an diesem Silvesterabend 2021? So ein Jahreswechsel ist ja immer ein Rückblick, ein Ausblick und ja in diesem Jahr, nach diesem zehn Corona-Pandemienjahr, wo mitten in einer Zeit, wo Beziehungen und Freundschaften kaputt gehen, weil sich jemand impfen lässt oder eben auch nicht. In einer Zeit, wo sich die Menschen voller Angst vor einer tödlichen Erkrankung in ihren Häusern und Wohnungen verschanzen und auf der anderen Seite Menschen auf die Straßen gehen, dicht aneinander gepresst, protestieren gegen Corona-Maßnahmen oder die Existenz von Corona gänzlich leugnen. In einer Zeit, wo Social Distancing, Lockdown, Hygienemaßnahmen nicht mehr nach einem spannenden Abenteuer klingen, sondern eher Müdigkeit sich breit gemacht hat. Bei den einen quält die Einsamkeit, bei den anderen haben sich die Familien zerstritten, die Spannungen sind ins Unerträgliche gesteigert. Der Sommer mit der großen Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie ist vorbei und mit ihm auch die Hoffnung auf die schnelle Rückkehr zur Normalität, wie auch immer die aussieht. Die Herbst- und Winterdepression macht sich breit. Auch in der Gemeinde mussten wir leider wieder viele Aktivitäten herunterfahren. Der Verlust ausgelassener Gemeinschaft, das Fehlen von mit Menschen gefüllten Gemeindehaus, wo nur die Luft zu dick ist zum Schneiden, wo laute Erwachsene draußen diskutieren, Kaffee und Kekse essen, wo Kinder am Haus rumrennen und tollen. All das fehlt, das drückt aufs Gemüt und auch auf die Seelen vieler von uns. Bei manchen kommt es aber gar noch dicker. Der Glauben, der kommt ins Wanken. In dieser Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr, schauen wir zurück auf Heiligabend. Da wird ja häufig das Lukas-Evangelium gelesen, und zwar der Anfang. Es begab sich aber zu der Zeit. Ein Kind ist uns geboren. Gott kommt zu uns Menschen. Mitten in die Dunkelheit kommt ein Baby als Licht der Welt. Das sind hoffnungsvolle Verse. Fürchtet euch nicht, euer Heiland und Retter ist zu euch gekommen. Bei der Suche nach einem passenden Text heute Abend bin ich dann nicht am Anfang vom Lukas-Evangelium fündig geworden, sondern eher am Ende. So wie bei einer guten Zeitung. Auf der Titelseite prangt noch die Schlagzeile von Weihnachten und von der Geburt des Kindes. Aber Zeitung liest man ja von hinten. Und dort habe ich von zwei Menschen gelesen, deren Weltbild am Karfreitag zerstört wurde. Wo alles, was bisher vertraut war, ins Wanken geraten war. Jesus, der vermeintliche Erlöser Israels, wurde gekreuzigt. Sie dachten, mit dem Tod ist alles aus. Und dann noch der verwirrende Morgen, wo die Frauen angerannt kamen und erzählten von dem leeren Grab. Jesus sei weg. Eine intensive Zeit der Gemeinschaft mit Jesus und vielen seiner Nachfolger hatte an Karfreitag ein jedes Ende gefunden. Fassungslosigkeit machte sich breit. Der Dienst in der Gemeinde hat sich zerschlagen. Die zwei Brüder gehen aufgewühlt fort von Jerusalem, dem Zentrum des jüdischen Glaubens. Auch bei ihnen hat sich Müdigkeit, Einsamkeit und depressive Verstimmtheit breitgemacht. Wie geht es jetzt weiter? Was soll das alles bedeuten? Im übertragenen Sinn machen sie sich mit dem Weg von Jerusalem hin nach Emmaus zurück auf in ihr altes Leben. Sie suchen Halt bei bekannten alten Dingen. Sie sehnen sich vielleicht nach der Normalität, nach der wir uns auch sehnen. Ich möchte uns aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 24. Kapitel, die Verse 13 bis 33 lesen. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden. Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht von den Ereignissen der letzten Tage weiß? Was meint ihr? fragt Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon drei Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam von Jesu war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, ihnen seien Engel erschienen. Die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen es berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleibt doch über Nacht bei uns. Es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Für mich persönlich ist dieser Bibeltext ein sehr tröstlicher Text in dieser Zeit. Weil Jesus holt die Jünger dort ab, wo sie unterwegs sind. Das mit Blindheit geschlagen sein, das Diskutieren über die aktuelle Situation und die Traurigkeit, die sich breit gemacht hat. Dass es nicht so weitergehen kann, wie wir es uns vorgestellt haben, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber die Scheinsicherheit, die plötzlich abhanden gekommen ist, das kenne ich nur allzu gut. Privat, aber auch hier in der Gemeinde. Jetzt mit einem neuen Pastor und einer Kinderreferentin wollten wir voll durchstarten. Wir hatten gehofft, dass es einen neuen Aufbruch in der Gemeinde gibt. Aber erst mal stecken wir in einer Zeit der Läuterung fest. Vieles ist erst mal zerbrochen. Gibt es nicht mehr. Geschwister, mit denen wir gemeinsam Gemeinde gebaut haben, sind untergetaucht, haben sich zurückgezogen. Ich war und bin beunruhigt. Was aus den Einzelnen und der Gemeinde wird? Was wird am Ende übrig bleiben? Ich weiß, ich weiß es aus der Bibel, dass wir in der Endzeit sind und so manche Wehen über uns ergehen. Ich weiß auch, dass gerade in dieser Zeit Jesus bei uns ist und uns seinen Geist als Tröster und Hoffnungsgeber gegeben hat. Und dass er unseren Glauben stärkt und unseren Blick immer wieder nach oben lenkt. Und doch geht es mir manchmal in letzter Zeit vielleicht auch etwas öfters, so wie den Jüngern. Ich drehe mich im Kreis. Und merke gar nicht, wie Jesus sich mir nähert, wie Jesus schon da ist, wie er bei mir ist. Die Jünger sind schon mitten im Gespräch mit Jesus, obwohl sie in Gedanken noch am Kreuz, am leeren Grab sind. Das Geschehen der letzten Tage dreht sich hier endlos in ihren Köpfen. Und sie verstehen die Welt nicht mehr. Und doch werden sie im Gespräch mit Jesus heil. Die Gedanken ordnen sich. Sie fangen an, Dinge zu verstehen. Und fangen an, neu zu brennen. Dieses Wissen tröstet mich. Jesus ist bei mir, bei uns, mitten in dieser Pandemie, mitten in meinem Kopf, in dem manchmal die Gedanken endlos kreisen und in dem mir der Blick auf das Wesentliche verloren gegangen ist. Er ist da. Er redet zu mir. Er begleitet mich. Er kennt das gestern. Er kennt das heute. Und er erkennt auch schon das Morgen, das neue Jahr. Wahrscheinlich hat er im letzten Jahr nicht nur einmal zu mir, zu uns gesagt, wie wenig verstehst du nur? Warum fällt es dir so schwer? Und hat mir dann in aller Geduld und Liebe wieder eine neue Ausrichtung gegeben. Er hat sich Zeit genommen für mich und für dich. Und Jesus tritt für uns auch beim Vater ein, weil er weiß, dass es schwer ist. Das hat er schon vor Golgatha für seine Jünger getan. Er hat gebetet, dass ihr Glaube nicht aufhört, wenn sie in Bedrängnis kommen, dass sie standhaft bleiben. Und das tut er auch für uns. Schön finde ich, dass Jesus mir in meinem Alltag persönlich begegnet. In dem Alltag auf dem Weg nach Emmaus. Auch und vielleicht gerade dann, wenn ich nicht fromm betend in meinem Kämmerlein sitze und die Bibel lese, sondern mitten in meinem Alltag. Er ist mit mir auf dem Weg und führt mich auf rechter Straße. Sein Stecken und Stab trösten mich, sagt der Psalmist. Mitten in einer der schier endlosen Elternkreissitzungen, die wir müde und abgeschlagen vom Arbeitsalltag begonnen haben. In denen es um neue Verordnungen, Omikron und deren richtigen Umgang mit Corona bei uns in der Gemeinde geht. Er ordnet meine und unsere Gedanken. Auch wenn es sich für uns noch manchmal sehr wirr angefühlt hat. Und wenn wir den Eindruck hatten, mit Blindheit geschlagen zu sein. Aber auch mitten in der Verzweiflung des Alltags. Wir erleben, wie unsere Kinder andere Wege gehen, als wir wünschen. Die Eltern oder der Partner uns die Luft zum Atmen nimmt. Oder uns gar ganz genommen wird. Oder die Glaubenszweifel uns plagen. Er ist mit mir auf dem Weg und führt mich auf rechter Straße. Sein Stecken und Stab trösten mich. Im Nachhinein konnten die Jünger das auch sehen. Hat er uns nicht tief berührt? So geht es mir auch immer wieder. Im Nachhinein kann ich sein Wirken erkennen. Kann ich erkennen, wie er mich getröstet hat und wie er mich aufgerichtet hat. In der Situation selbst geht es mir doch immer mal wieder so, dass mir das nicht bewusst ist. Und da ist es gut, seinen Jahreswechsel zum Innehalten zu haben. Sich bewusst zu machen. Gott hat mich begleitet. Gott war da. Rückschau zu halten. Was mich an der Geschichte noch beeindruckt hat, das ist, sobald die Jünger Jesus erkannt haben, sobald sie verstanden haben, mit Karfreitag ist nicht alles zu Ende, sondern es hat gerade erst begonnen, da sind sie direkt aufgestanden und sind wieder umgekehrt, zurück nach Jerusalem. Sie waren ermutigt. Sie waren wieder bereit für den Dienst der Nachfolge. Sie mussten es unbedingt weitererzählen. Sie mussten davon erzählen, wie ihnen Jesus begegnet ist. Das wünsche ich mir auch, dass wir aus dieser Zeit hervorgehen und uns nochmal mit seiner Freude ausgestattet werden und mit seiner Energie, dass wir mit Freude erzählen, dass Jesus bei uns war, dass er uns begleitet hat durch diese Zeit und auch in der Zukunft begleiten wird. Am Ende möchte ich noch ein bisschen auf das Abendmahl, auf das Abendessen eingehen. Aber vorher möchte ich gemeinsam mit euch noch ein Kaon singen. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abendmahl, auf dem Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein bewegendes, verlängerndes Wochenende und ein langer, anstrengender Tag liegt hinter den Jüngern. Und nun sind sie endlich in Emmaus angekommen. Im Gespräch mit Jesus sind ihre Gedanken sortiert worden, geordnet worden. Das kenne ich gut. Ich laufe gern, um mit Jesus meine Situation zu besprechen, um manche Dinge auch abzulaufen und bei Jesus zu lassen auf der Strecke, auf dem Weg. Jetzt sind die Jünger am Ziel ihrer Reise. Aber ihr Begleiter will sie verlassen. Sie nötigen ihn zu bleiben. Das ist glaube ich so etwas, was im Orient oder im Nahen Osten ganz wichtig ist. Gastfreundschaft. Sie laden ihn ein, mit ihm zu essen und über Nacht zu bleiben. Jetzt wundert es einen vielleicht, warum Jesus das Abendessen einleitet. Normalerweise ist es doch üblich, dass der Gastgeber, bei uns Christen sagen wir, dass er das Dankgebet spricht und dann kann man starten mit dem Essen. Im Judentum wurde ein Segen gesprochen und das macht normalerweise der Gastgeber. Aber wenn ein Bibellehrer dabei ist, dann war es für Tradition, dass der Bibellehrer den Segen gesprochen hat. Und das hat Jesus hier auch gemacht. Und da Jesus ja ihnen die Schrift ausgelegt hatte, war für sie klar, er ist ein Bibellehrer. Und deswegen wurde ihm die Ehre zuteil, den Segen vor dem Essen zu sprechen. Und dann ist etwas ganz Erstaunliches passiert. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Jetzt erkennen sie ihn. An der Sprechweise, dem Akzent, so wie Maria Jesus erst erkannt hat, als sie mit Maria angesprochen wurde, ich weiß es nicht. Vielleicht, ich meine, sie haben erst vor ein paar Tagen das letzte Abendmahl mit ihm gefeiert. Ich stelle mir vor, wie Schuppen von den Augen fällt, wo sie vielleicht auch Jesu Worte hören, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Auch wir als Jesus-Nachfolger wollen das gleich gemeinsam tun, Abendmahl feiern. Abendmahl heißt ja auch Gedächtnismahl. Weil Jesus uns auffordert, das zu tun, um uns daran zu erinnern. Feiert gemeinsam das Abendmahl. Macht euch bewusst, dass ich mein Leben für euch gegeben habe. Dass ich den Weg frei gemacht habe zum Vater. Ich habe für eure Schuld bezahlt. Ihr seid frei. Ihr seid nicht mehr allein. Ich bin bei euch. Und im Feiern des Abendmahls erkennen wir Jesus als den Erlöser und Retter. Und deswegen tun wir das immer wieder. Und ich glaube, das ist für Christen eine ganz wichtige Sache, dass wir bei der Feier des Abendmahls Jesus begegnen. In unseren Brüdern und Schwestern und auch ihm direkt. Amen. Amen. Amen.